Hallo und herzlich willkommen zurück bei Witcher 3 und hier geht's gleich richtig los. Ja, zweimal haben wir es schon versucht, zweimal haben wir es nicht geschafft. Ich bin guter Dinge, dass wir es jetzt schaffen. Immer optimistisch rangehen. Beim letzten Mal war es jetzt nicht so verkehrt, da waren wir schon recht gut unterwegs gewesen. Jetzt steckt diese beschissene Scheiß-Facke weg, die brauchen wir nicht. Ja, mir die Armbrust aus. So, zack. So, Feuerschaden und warten, bis die Hunde wiederkommen. Und dann eliminieren. So. Ich mach's, aber gib mir Deckung. So. Feuerschaden. Zurück. Zurück. Zu weit zurück, du Idiot. So, ein Hammer. Dahin kommt noch mehr. Okay. Okay. Wie viele kommen denn da? Ja. Vielleicht haben sie uns wieder. Wir haben schon wieder alles Essen aufgebraucht, was wir haben. So. Kann das bitte speichern? Langsam glaube ich, dass wir es schaffen könnten. Ich hoffe, dass wir es schaffen könnten. Ich weiss, was als nächstes kommt. Nimm auf! Ach, Herr Jemini. Ja. Ja. Daran war ich diesmal schuld. Und dann treffe ich nicht mal. Ja. Och, die hat aber auch gleich wieder einstecken müssen, ordentlich. Aber es ist doch schlimm. Es ist doch wirklich schlimm. Und hier lasse ich mir die Tue jetzt nicht versauen. Ja, und der trifft uns trotzdem. Und da kommt schon wieder der Nächste. Da hin kommt noch einer. Wie viele sind das denn? Zack. Und nochmal. Zack. Ey, ich mach drei Kreuze, wenn wir das hier haben, ey. Das klingt gut. Ach, das machst du gleich hier, oder was? Ne, okay. Wir gehen noch wandern. Das Wandern ist das Hexers Lust. Nein. Du solltest das doch einfach nur aufnehmen. Ehrlich, ey. Lass mich raten. Wir können jetzt keine Alchemie betreiben. Aber wir können sowieso keine Schwe... Aber noch, aber, 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 aber nicht. Wir können es schaffen, sofern jetzt hier wieder nur diese Hunde kommen. Aber bei unserem Glück kommt hier was Größeres. Ne, es sind noch Hunde, okay. Ah, Mann. Immer in Bewegung... Ah, der trifft uns trotzdem. Da will ich angeben und sage, immer in Bewegung bleiben. Und was ist? Der trifft uns. Nein, 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 nein. Wir brauchen alle unsere Lebensmittel hier, ey. Komm noch, ey. Ja, ach, das ist... Du solltest mir helfen. Ja, halt. Ey, jetzt ist aber mal gut hier. Du musst hier nicht provozieren. Oh, den da her. Oh, da kommt noch einer. Oh, da kommt noch einer. Entschuldigt. Ich kann ja schon mal auf Laden drücken. Das dauert ja hier eine Weile. Nur ein bisschen. Wir hätten es fast geschafft. Aber in Massen sind diese Viecher echt tricky. Ah, der Feuerschaden ist... Da sollten wir es doch jetzt mit dem Schutzschild probieren. Weil da entsteht ja diese Druckwelle. Und da würden wir dann, denke ich mal... A, nehmen wir keinen Schaden in dem Moment. Und B, würden wir die Gegner... Durch unsere Druckwelle ja ein bisschen beiseite schubsen. Ach, ich würde... Ich würde mich so freuen, wenn es zwischendurch gespeichert hätte. Na, wahrscheinlich eher nicht. Oder? War natürlich arschklar. Da haut dir auch noch so ein Spruch raus, ey. Da kriegst du Aggression. So. Bla, bla, bla. Das kämmen wir ja mittlerweile schon alles. Ka-ching. Ja, ja, ja. Labe mit. So. Einen Moment. Also erstens machen wir uns hier das Roh... Ich finde es ja gut, dass das wenigstens immer wechselt. Dass man das nicht einstellen muss. Sondern sobald man was leer hat, dass das dann gleich ersetzt wird. Und die Schwalbe behalten wir. Sobald wir das ausgedrungen haben... Die Angriffskraft wäre auch wichtig. Aber ich überlege gerade, um die Ausdauer dann zu erhöhen. So, wir essen jetzt schon mal die erste Wolfsleber. Weil wir es können, erstmal jetzt gleich noch die nächste hinterher. Somit wir wenigstens mit gutem Leben reinstecken. Wollen wir es mal probieren. Jetzt einfach mit dem Schutzschild. So, die Fackel. Wegstecken. Silberschwert holen wir raus. Okay. Soll ich? Ich mach's. Aber gib mir Deckung. Jo. Der hier noch alleine kommt. So, zurück. Zurück. Ah, Schutzschild wollte ich aktivieren. Genau, das können wir ja jetzt schon aktivieren. Ja. Ey, wie viel Schaden hat die denn schon genommen jetzt? Zurück. Wieder neu aktivieren. Sie in Ruhe. Der erste Schaden, den wir genommen haben. Gut. So kann's weitergehen. Ach, langsam glaub ich, dass wir's schaffen könnten. Lassen wir uns überraschen. Ich könnte jetzt natürlich auch zwischenspeichern, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Wir haben jetzt gar nicht so viel verbraucht. Aber nein. Kommt, wir ziehen das durch. So, schon mal wieder. Schutz aktivieren. Silberschwert ziehen. Ja. Okay. Jetzt ist das Schutzschild. Zurück. Schutzschild, Schutzschild, Schutzschild. Junge. Ja. Mach ich doch. Schutzschild. Gleich wieder zerstört, das Schutzschild. Das ist schade. Jetzt hab ich auszusehen den falschen Lob gedrückt, weswegen wir das Silberschwert weggesteckt haben. Zurück. Schutzschild. So, Wolfsleber. Verwesendes Fleisch. Gut. Gut. Ja. Ich bin doch dabei. Ich bin doch noch im Schutzschild drin. Oder warum hat das Handy, äh, das Handy. Genau, das Handy hat vibriert. Ich spiele die ganze Zeit mit dem Handy. Ach, darum funktioniert das nichts. Mensch, hätte man mir das nicht eher sagen können. Ich dachte, mit dem Handy kann das funktionieren. Die Witcher-App. Die Witcher-App. Dem ich damit mein Konto verbinde und dann über die App spiele. Halt dich fern. Geh weg. Wo? Einmal fix. Zack, 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 zack. Weil ich hoffe, ihr ernsthaft, dass das hier danach dann vorbei ist. Schutzschild. Das funktioniert auch gleich viel besser. Also, wenn wir eins mal machen werden, dann ist es Kräuter. Nein, 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 nein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Wir haben es jetzt schon getötet. Es hat funktioniert. Oh. Okay. Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Werde mir nicht, ist ohnmächtig, wenn du nicht weitergehen kannst. Äh. Werde mir nicht ohnmächtig. Jetzt, in deiner festen Umarmung, ausgeschlossen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hierbleiben und uns ausholen können. Ich weiß, ich weiß, wir müssen weiter. War das jetzt richtig oder nicht? Ah, speichert. Vielleicht kann ich. Ich mach das schon. Wir haben es wirklich geschafft. So. Jetzt gucken wir uns aber mal kurz hier ein bisschen um. Vielleicht finden wir wichtige Sachen, die wir mitnehmen können. Da mal eine Truhe. Zwergenschnaps. Gut. Ich glaub, die Pause gönnen sie uns jetzt mal ganz kurz. Komm. Vielleicht holen wir sie noch ein. Ja, mach mal. Du hast den riesen Umweg gesehen, den wir gemacht haben. Wir haben sie trotzdem noch eingeholt. Wasserflasche. Sehr gut. So, mit Donner können wir jetzt gerade nichts mehr anfangen. Ähm. Deswegen kommen jetzt die Schwalbe wieder hier unten hin. Äh. Was haben wir hier oben? Das kommt. Nein. Nein, 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 nein. Falsch, 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 falsch. Ganz falsch. Schwalbe, 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 Schwalbe. Ach, das hat jetzt getauscht. Aber das will ich doch nicht. So, jetzt ist es so. Wasser ist jetzt unten. Ich bin über... Ja. Entschuldigung, das musste kurz raus. So, jetzt haben wir es gebacken bekommen. Alchemie. Können wir irgendwas herstellen? Wir haben gerade Zwergenschnaps gefunden. Das hilft doch. Tanzender Stern. Bewirkt eine feurige Explosion, die Gegner in der Nähe in Brand setzen kann. Zerstört Monsternester. Okay. Wir haben genug jetzt mittlerweile davon. Wir stellen es mal her. Gut. Donner. Haben wir nichts. Also haben wir nicht genug. Schwalbe haben wir auch nicht genug. Das andere bringt uns erstmal nichts. Und die Bombe. Haben wir hier. Tanzender Stern. Die können wir uns da unten hinsetzen. So. Huh. Durchatmen. Weitermachen. Immer, immer weiter. Die ganzen Monsterknochen. Das wird uns alles hilfreich sein. Das brauchen wir alles. Wir müssen echt viel mit diesen Tränken arbeiten. Und deswegen... Da müssen wir fast schon ein, zwei Folgen mal einfach nur Kräuter sammeln gehen, eh. Das nützt ja schon fast nichts. Aber wenn ich gerade überlege, wie uns auch dieser Donner jetzt zum Schluss gerade geholfen hat, wie wir den eingeheizt haben. War das nicht schlecht und Schutzschild war, glaube ich, dann auch nicht so die verkehrteste Entscheidung. Mal ein bisschen Licht hier ins Dunkel bringen. So, okay, gut. Dann geht's weiter. Zutaten mitnehmen. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Ja. Ohne mich hättest du's niemals geschafft, oder? Ja. Geh endlich zu. Ja. Niemals. Nimm dich zu, dann... Ach, dann geh halt weiter. Er erwartet uns. Wer ist denn das? Hm, ich ahne, Schlimmes. Ich ahne, Schlimmes. Ja, genau, ist klar. Mach mal locker jetzt. Ich hab Angst, dass wir dadurch, dass wir sich jetzt... Oh ja, nö, ist klar. Ich hab jetzt Angst, dadurch, dass wir sich mitgenommen haben, ihr Todesurteil gesprochen haben. Klar, wir kämpfen gegen den, locker. Nichts einfacher als das. Das Gute ist, er braucht lange für seine Angriffe. Die setzen einem dann natürlich auch zum Schaden, dass wir jetzt keinen Donner mehr haben. Aber wir müssen uns definitiv erstmal ein bisschen Vitalität zurückholen. Können sie ihm ein paar Blitze werfen. Ja, komm her. Komm her ans Licht. Sie lässt es nicht zu, wa? Geduld. Geduld. Ja, Geduld. So viel dazu. Das war gut. Ja, wir müssen uns das Schützschild aktivieren. Geh halt, sieh nur. Er öffnet eine Passage. Bleib ruhig. Konzentrier dich. Hat er schon wieder solche Hunde gerufen. Ich mag das nicht, weißt du? Wir haben so einen schönen Kampf zusammen und dann ruft der Hunde. Ich finde das sehr dumm von dem. Finde ich uncool. Gut, wir kämpfen zwar auch zu zweit gegen ihn, aber hey. Mann. Wir setzen jetzt doch mal Schwalbe schon mal ein. Kommt her. Hier im Licht kann ich euch wenigstens sehen. Und was würde ich dafür geben, wenn wir jetzt noch so einen Donner hätten, eben? So. Geil. So. Wir brauchen mal den noch einen. Hier. Wir brauchen nur auf die Karte zu gucken. Zwei Gegner haben wir noch. Einer war noch da. Ah, jetzt. Der hat sich wieder geheilt. Ist jetzt nicht euer Ernst. Na klar, wir sollten wir ihn jetzt auch töten können. Das ist einer. Von der möglichen Jagd. Also bitte. Mir geht es, glaube ich, einfach nur darum, zu einem bestimmten Punkt zu kommen. Töten werden wir den jetzt nicht können. Das sah jetzt nicht so schlecht aus. Komm. Willkommen. Greif an. Ah, fuck. Der hat es verteidigt. Mist. Meine Geduld geht flöten. Ne, merke ich gerade. Wir können ihm gerade schon mehr Schaden zufügen. Puh. Konzentration, Konzentration, Konzentration. Sehr gut. Was passiert? Nein, 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 nein. Komm, 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 Brot essen. Weiß in das Brot rein. Weiß in das Brot rein. Ach nein. Ach nein, nicht schon wieder. Kita. Noch eine Spalte. Konzentration Jetzt hält er sich wieder bis zum Schluss Komm her, komm her Na komm, komm nur Misty Ich sehe gerade, unser Schwert ist im Arsch Ist dem so Ja Können wir bitte, bitte Lass uns das während des Kampfes machen können Bitte, 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 bitte Ja Darf ich mitlachen? Wir haben nichts mehr zum Heilen Wir haben nichts mehr zum Heilen Das ist doof Das ist sehr, sehr doof Ich kann noch nichts herstellen, was mir irgendwie Das ist nicht gut Wir haben dieses dumme Bier getrunken Das kotzt mich jetzt schon an Gibt es ja irgendwo eine Kiste oder so So, okay Muss ich halt jetzt wirklich ganz konzentriert sein Zum Glück hat man unser Schutzschild Das ist denn jetzt auf einmal kaputt Funktioniert gerade nicht mehr so geil wie davor Dann haben wir halt auch immer keinen Schaden Wir müssen halt immer angreifen, wenn sie die Blitze schleudert Weil dann kann er nicht in Verteidigungsposition gehen Dann müssen wir beide im Auge haben Wow Ja, das Verdammt Aber Ja, zu früh Komm schon, ich brauch mein Schutzschild Ja, jetzt hätte man angreifen können Boah, hör auf So ein Mist zu labern hier, ey Jetzt Zack So Nochmal Wow Wow Das war knapp Gut Was macht der jetzt? Was hat denn der jetzt für Was führt denn der für einen Tanz auf? Das gefällt mir überhaupt nicht Ah, nicht getroffen Viel fit nicht mehr Sie ist die einzige, die gerade was macht Wir stehen uns so gegenüber und warten Jeder wartet den Erstschlag ab Jawohl Schön gemacht Der war stark Ah, wir sehen uns um Okay, dann haben wir Zeit Im Labor des Elfen Ei, 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 ei Schema Angrenischer Küras Schwert eines Kriegers Der wilden Jagd Leute Mensch Es hat gleich Wir sind nicht gestorben Beim ersten Versuch Wir sind nicht gestorben Das möchte ich hier mal bitte Festhalten Wir sind nicht gestorben Verdammt Ich hab mich falsch Abgedrückt So, wir haben jetzt hier Schwert eines Kriegers Der wilden Jagd Äh, vergleichen Da ist das jetzt Glaub ich schon Ein bisschen besser Püti pü Dann nehmen wir das auch So, wir haben doch hier Diese Steine Die Ich würde jetzt sagen Wir setzen das jetzt einfach mal ein Was wir haben Das haben wir Und zwar hier 2% Chance Auf vergiften Rein das Ding Könnte man das wieder entfernen? Ablegen Wegwerfen Spinneln Ne Was einmal drin ist Bleibt auch drin So, was haben wir denn hier noch aufgenommen? Drang aus Tiernalia Vitalitätsregeneration 5 Sekunden Wirkdauer Okay Dann haben wir hier Meteoritensilberplatte Wird zur Herstellung von Ausrüst und Gegenständen verwendet Stahlblech Den haben wir ordentlich vermöbelt Wird zur Herstellung von Ausrüst und Gegenständen Diamantstaub Ne Noch Noch leuchtet Was habe ich denn jetzt übersehen? Ne Jetzt ist es weg Hm Und hier haben wir verwesen Das Fleisch kann ein Händler verkauft oder in Handwerk Zutaten zerlegt werden Okay Der Punkt ist der Wir können ja eh Nichts mit Handwerk hier unterwegs machen Aber jetzt darf echt nichts mehr kommen Wir haben kein Nichts mehr zum Auffallen Ich nehme es mal auch stark an Das hat gespeichert Gut Und dann würde ich jetzt aber auch hier an dieser Stelle Was soll man sagen Feierabend Und nach Ciri suchen wir dann in der nächsten Folge weiter Erst werden wir uns natürlich hier ein bisschen umschauen Vielleicht finden wir ja doch noch eine Wasserflasche Weil diese Weiß Meiste Vizima Vizima Spir Das ist irgendwie Ne Das benebelt uns zu sehr die Sinne Ja Durchatmen Durchschnaufen Morgen gehts weiter Danke dass ihr heute eingeschaltet habt Und bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3